Ah ja, erst mal schön schön auf der Lette. Oh, es klingelt. Wer ruft denn um die Zeit hier an? Oh, schnell, 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 schnell. Wer ruft denn hier an? Äh, hallo, hallo, wer ist denn dran? Hallo? Wilde Pommes, wir brauchen deine Hilfe. Wir haben einen Weg gefunden, wer eine Rakete zum Starten bekommt. Boah, stimmt das wirklich? Das ist ja mega cool. Ich helfe euch natürlich. Wo soll ich hinkommen? Ja, Wilde Pommes, komm am besten zur Insel bei der Militärbasis im Dschungel. Wir treffen uns gleich. Tschüss. Okay, Alter, bis gleich. Let's go. Leute, wir haben einen Anruf bekommen, dass hier irgendwelche verrückten Wissenschaftler und Ex-Militell-Experten, äh, irgendwelche Hilfe brauchen, bei einer Rakete zu bauen, die uns angeblich ins Weltall befördern können. Äh, ich bin gespannt und fahre es an diesem vereinbarten Ort. Äh, hier ist irgendwie gar keiner. Okay, äh, hallo? Oh, äh, hallo, Leute? Oh, wow, 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 wow. Wow, das sind die, das sind die anscheinend, die komischen Typen hier.